Hallo zusammen, das ist sie, die Dame von der WHO, Dr. Maria van Kerkhove, eine offizielle Dame, ja, Vizepräsidentin oder, nein, ich glaube, technischer Direktor oder irgendwo etwas. Wie auch immer, jedenfalls sie ist bei der WHO und sie hat jetzt einen neuen Vorschlag, falls das griechische Alphabet, Alphabeta, Gamma, Delta, Omega, Lambda, bla, 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 nicht ausreicht, dann könnten die neuen Varianten nach Sternkonstellationen, ja, oder nach Sternzeichen, wie auch immer man das dann betrachten will, benannt werden. Wir freuen uns auf diese Zeit. Sie hat außerdem noch gesagt, dass es möglicherweise Varianten sein könnten, die die Impfstoffe umgehen könnten. Da wird es die große Frage sein, ob die Menschheit das unbeschadet überstehen kann. Es kommt einiges auf uns zu, warten wir es ab. Heiko Maas, unser Außenminister, hier ein Archivbild, wo er sich gerade zum Casting für einen neuen James-Bond-Film bewirbt, natürlich als Bösewicht, weil, ja, Deutsche spielen ja da oft den Bösewicht. Aber nein, jetzt kommen wir zur Politik. Heiko Maas hat der belarussischen Opposition die deutsche Unterstützung zugesagt. Lieber Heiko, hier eine Bitte von uns, bitte wende dich doch mal, du bist ja für den Außenbereich zuständig, wende dich doch mal bitte an unseren Innenminister. Bitte ihn, dass der im Inneren die Opposition unterstützt. Wir denken da insbesondere an die außerparlamentarische Opposition, die neue, die entstanden ist. Heiko, nimm deinen Mut zusammen und tritt vor den etwa doppelt so großen Bundesinnenminister. Nun kommen wir zu den Hiobsbotschaften. Wir haben ja in den letzten Tagen erfahren, dass es im Süden Europas ja sehr große Hitzewellen geben wird. Ja, da wurde uns erzählt, bis 50 Grad, das hört sich absolut bedrohlich an, ist es natürlich auch und wir wünschen das den Menschen da unten nicht. Aber das ZDF hat jetzt eine Meldung herausgebracht und man ist da etwas moderater. Das ZDF berichtet, der Sommer ist zurück, es kommt ein neues Hoch und es könnten Temperaturen von über 30 Grad kommen. Ja, liebes ZDF, eine sehr nette und sehr wichtige Nachricht. Da scheint die kürzlich vom obersten Gericht angeordnete Erhöhung der Rundfunk. Ja, Zwangsgebühren, sagen die einen oder anderen, ja doch gerechtfertigt zu sein. Und nun zu der Rubrik, wie das Leben so spielt. Ja, wir sehen hier ein glückliches Ehepaar. Links der Herr ist ein leitender Mitarbeiter bei Biontech, einer Firma, die zufälligerweise jetzt in letzter Zeit Impfstoffe gegen das Coronavirus herstellt. Und rechts ist ein wichtiger Politiker in unserem Land. Wir kennen ihn alle. Es ist Herr Jens Spahn, also das politisch-wirtschaftliche Traumpaar der Republik. Es hat schon etwas Royales, etwas Königliches. Und wie es in royalen Kreisen so ab und an der Fall ist, könnte es sich auch um eine Zweckhochzeit gehandelt haben. Wer da in wen verliebt ist und wer da den Zweck nutzt von beiden, das entscheiden wir hier auch nicht. Das dürft ihr machen. Entscheidend ist nur, dass der Herr rechts, der Herr Bundesgesundheitsminister, ja laufend neue Maßnahmen verkündet. So sollen wir ab Herbst dann nicht mehr ohne Impfung oder Test unsere Kartoffeln, unsere Milch und unsere Brötchen kaufen dürfen. Das freut natürlich den Herrn auf der linken Seite ganz besonders. Denn, und das ist uns zu Ohren gekommen, die Firma Biontech soll ja im Jahr 2020 so 40 oder 50 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Und das könnte dann in den nächsten, ja, 10, 20, 30 Jahren, wenn dann die Virusvarianten nicht mehr Alpha, Beta, Gamma, Omega, Delta und so weiter heißen, sondern Zwillinge, Wasserwann, Fische, Löwe und Jungfrau, ja, dann könnte sich der Umsatz in eine Sphäre begeben, die uns allen, ja, die Sprache verschlagen könnte und würde. Aber wir glauben ja an das Gute im Menschen und das hat sich bei den beiden sicher um eine Liebesheirat gehandelt. Leute, in diesem Sinne, denkt dran, bleibt standhaft. Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Das wird nicht alles so heiß gekocht, gegessen, wie es gekocht wird. Wenn die Menschen ihre Äpfel und Birnen nicht mehr ohne weiteres kaufen können, dann könnte ja die Stimmung im Land vielleicht in eine Richtung kippen, die niemandem so gefallen könnte. Leute, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Geht hinaus, zeigt Gesicht. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.